Tapping into the truth of you is also about acknowledgement. So it has the same vibration. Ja, so acknowledgement of yourself, right? Of what you be. Exactly. Acknowledgement of yourself, but acknowledgement of the truth. Ja. So, was Cass meint, ist, sie ist sehr froh, dass genau diese Frage von Albina jetzt bei diesem Call gekommen ist, nämlich deine eigene Wahrheit anzuzapfen, weil im Prinzip geht es ja darum, anzuerkennen, was du bist, was du wahrhaftig bist und was deine Wahrheit ist. Ja, so wenn du nicht in deiner eigenen Wahrheit bist, dann kannst du kaum Dinge anerkennen bei anderen oder bei dir, denn dann bewertest du eher oder machst Komplimente. Ja. When you are tapped into the truth of you, the way you verbalize or mentalize what would have been a compliment or a judgment is through an acknowledgement. So you can even be acknowledging something that seems like a judgment, right? But it's not a judgment. It's actually an acknowledgement that something, you know, there's been an earthquake. There has been a tsunami. He is being a jerk. Those seem like, you know, not lovely things to perhaps to say. But there's also there, you're beautiful. I'm at peace. Those are acknowledgements when you're tapped into the truth of you. Can I translate, please? I can't even see you. No, I can't see you. But at least I can translate you if you let me. So, was es bedeutet, wenn man in seiner eigenen Wahrheit ist, wenn man die Wahrheit, seine eigene Wahrheit angezapft hat. Es ist wie das Funktionieren aus dem unendlichen Wesen ohne Bewertung, ohne Ansicht. Das heißt, man kann anerkennen, dass da ein Erdbeben war. Man kann anerkennen, dass da ein Tsunami war. Man kann anerkennen, dass derjenige ein Idiot ist. Man kann anerkennen, dass der andere friedvoll ist. Was auch immer es ist, es ist dieses Funktionieren aus der eigenen Wahrheit heraus, ohne Bewertungen, ohne Ansichten, von dem heraus man die Dinge einfach anerkennen kann, ohne Bewertung und ohne Ansicht. I did it. That you're amazing. I know you are. I know you. That's when we're talking about that flawless communication. Because when it comes from you, authentically you, in connection with your truth, your communication can only be flawless. And you can not hurt someone or judge someone or even compliment them. You can only acknowledge what it is. Ja, darum geht es tatsächlich auch bei der fehlerfreien Kommunikation, bei dem Buch. Wenn du kommunizierst, wenn du verbunden bist aus deiner Wahrheit heraus, dann kannst du jemanden verletzen. Dann kannst du nur authentisch sein. Dann kannst du genau das sein, was du bist und nichts Böses sozusagen bewirken bei irgendjemand anderem. Ja, wir reiten die Welle des Bewusstseins sozusagen und bewegen uns vorwärts in die Kreation von etwas Neuem. And that's what we talk about in the Tales from the Golden Planet. That's what we're getting to now in that class. And so anyone who would love to come along and contribute to that, I'm so happy. because it always, always opens up new spaces. Ja, darum geht es tatsächlich beim Goldenen Planeten, dass wir auf dieser Welle des Bewusstseins reiten. Jetzt ist die Zeit, so etwas zu tun und wirklich etwas anderes zu kreieren. Und wenn das interessant ist, ich bin wirklich glücklich über jeden, der kommt, weil jeder ein Beitrag ist, um etwas anderes zu kreieren. And it was like, you had some classes now with the Golden Planet and I think you can feel or tap in or be aware of a development or a change or something that's moving forward from class to class, right? Und ich habe auch das Gefühl, das waren jetzt einige Goldene Planeten, Kurse schon. Es gab noch nicht sehr viele, aber einige. Und da entwickelt sich was, da verändert sich was von Kurs zu Kurs. So what are you aware of? What has changed? What has changed is that we've moved forward from not only clearing ourselves from anything that stops us, right? So getting rid of any points of view, any implants, any barriers that stop us. Also was ich einfach bisher gemerkt habe, es begann damit, dass wir wirklich all diese Dinge zerstört und unkreiert haben, die uns begrenzen, die uns stoppen und weitergegangen sind in etwas, wo wir uns etwas einer Möglichkeit geworden sind, was kreiert werden kann und das geht weiter, das bewegt sich vorwärts. Ja, und es ist ein Ease und everyone who's participated in the classes, they don't leave it. They continue to add on, they are tapping in online to it and their lives are changing and they keep telling me about it. And it's not my class, it's a project, it's our class, it's our creation. Wow, ja, und es ist nicht mal mein Kurs, mein Case, es ist unser Kurs, es ist unser Projekt, es ist unsere Kreation mittlerweile. Die Leute gehen nicht einfach weg und machen dann was anderes, die bleiben dran, sie wollen mehr davon, sie melden sich, sie haben miteinander Kontakt und gehen wirklich vorwärts in diese Kreation von etwas Neuem. Ja, I'm so happy with Gary Douglas for coming, for, you know, encouraging me to embark on this Tales from the Golden Planet. Oh, me too, me too. And you have been asking for it for a while, so I'm excited about that. Ja, so, also, jetzt mal, sie ist sehr glücklich, dass Gary Douglas sie ermutigt hat, eben diesen Kurs zu geben und ich war diejenige, die die ganze Zeit danach gefragt hat, seit sie das letzte Mal in Wien war. Ja, so, it's my fault that you're coming. It actually is, exactly, and that's why we're going over an hour. Ja. Ja. Ja, so, I hope that people join, I'm really excited to be doing it together with you. Ja, so, also, ich bin, ich freue mich drauf alle drei und ich hoffe, dass die später auch weiter mit dabei sein werden, die jetzt bei dem Kurs sind. Cool. So, we'll put the links to that on the event page for this. Of course, ja. And hopefully, people can watch, we're going to be doing the introduction to that on Sunday evening, 7.30 in Vienna and it'll be available online. So, come watch and play with us. Ja, so, wir haben es jetzt wirklich so gemacht, da ist sowohl der Intro-Kurs in Wien am 27. am Abend online, könnt ihr da dabei sein, es wird live gestreamt, als auch der Kurs in München am 4. Dezember, der Ganztageskurs, der wird auch live gestreamt. Also, wenn das für euch von Interesse ist, könnt ihr das euch online anschauen. Also, wir sind dankbar für alle, die dabei sind. Ja, und auch die 7 Steps, wir'll do that in München. Und wir haben für alles jetzt tolle Locations gefunden, tolle Hotels. Also, kann weitergehen. Oh, yes, yes. I hope to see you on Friday, if not Saturday morning. How does it get any better? And I hope to see lots of you. Ja, you will see us at the latest on Saturday in the morning. Okay. I'm hoping so. Okay. Yeah, and you probably will see my dog too. I have to take it, I guess. Oh, lovely, lovely. I'm bringing my boots to walk in the woods. Because it's nearby. Very good. So, also, wir freuen uns alle auf den 3-Tage-Körperkurs in Wien jetzt. Ich werde meinen Hund mitnehmen, weil ich keinen Hundesitter habe. So, alle, die dabei sind beim Körperkurs, ihr werdet Cookie kennenlernen. Und ja, Cass kommt am Freitag schon, da sind alle schon aufgeregt. Yeah, and thank you everyone that you've been on this Zoom event. Und danke, danke für alle, dass ihr bei diesem Zoom-Event heute Abend dabei wart. Yeah, the energy is amazing. So, I don't see you anymore, but I can feel you. Thank you. Die Energie ist super. Ich kann dich zwar nicht mehr sehen, mein Cass, aber Energie fühlt sich super an. Yeah, I can't see you anymore, so, yeah. But you can't see you on Friday, so. Yeah. Okay. Thank you, danke schön. Merci, arigato. Grazie. Danke an alle. Bye-bye, alle. Ciao. Bye. Bye. Thank you very much. Goodbye. Thank you. Goodnight. Ciao, Diana. Bye. Erika. Bye-bye. Bye. Bye.